und herz willkommen zu den nächsten wie immer so zu sagen mit den peter und die hier nur um stehen der peter steht gerade beim portalhaus mit über sich zu hause und noch den der gelie auf dem server herumlaufen ja mein kollege wird der mann läuft auch noch hier nur auf dem server herum war vorhin mal kurz bei uns hier rüber wie schon erwähnt wird aufgefangen ist wohl dass er also nicht mehr anders dass ich dann langsam die baum von anfangen kann die wird dann vielleicht auch später einfach direkt räumen wenn wir die ich will mir nötigen ich muss mal kurz weg ich muss mal kurz weg da ist schon wieder trocken peter beurrucht achtet den spitzenbaum ja da verschieben wir wieder in die ferne oder wie abonnt ja doch außerhalb des radios für jeden fall na so ich hoffe eigentlich würde ich das die die vollwehr hat ja die die vollwehr hat ja genommen worden dass sie nicht ausreichen bis sie wieder aufnehmen können weil an sich die wohl als bei mir wohl eher wollen würde ich dass die leute da wohnen um sich höchstwahrscheinlich die fahrtkosten einzusparen muss ich dann sozusagen mal schulden ob es der betreuer überzeugt ist dass ich dann nicht wohnen will das dann auch der ansatz zu sein wann ich wieder sozusagen zu hause bin weil ich finde ich denn höchstens alle vier alle an wochenende zu hause und das reicht ja nicht auf um eine aufnahme zu machen es würde vielleicht ausreichend eine aufnahme an sich zu machen aber nicht um den rest nebenbei jetzt kann man die vollen uhrlade zeit wird nicht mehr ansonsten dann können wir weiter machen das ist halt so ganz so wie bei der letzten leute nehmen wir irgendwo beim urlauber da hatte ich noch was und was anderes natürlich auch noch die andere drei drei machen nach diesmal ist ja nur viel wie das ultimate was dann die zeit überlaufen hat weil zeittechnisch ein problematischer wüsst und halt noch die sache so zu sein dann dann machen dann machen ich es halt eher tranken aber so dass nur das wie die wüse läuft das ist auch dann sozusagen nicht vielleicht wird es dann sozusagen in den lieften immer wieder so interessiert vielleicht mal was erzählt was die dann an die die machen die die dann vielleicht wieder öfter reden kann kann ja auch mal sagen wie es bei ihnen so läuft ich meine will ich meine schule weil er macht weiter schule und ich machen sich so dieses berufsverwaltung hier halt ein bb ich möchte so zu sein dass vielleicht auch wenn du bock hast sozusagen aber ich will so mal erzählt wie es bei dir zwischen den neuen weil wir uns alle drei ja nicht mehr sehen das ist ja ein bisschen gesprächstoff haben als immer nur bauen bauen ich war da mal die baum ab ich mach das schreibe durchs teils teilweise nur das was wir sehen hier ach hier steht ja jemand wieder rum ich meine lust der jona war noch mit dem er hier durchläuft gerade das war ein probleme weil das landzatelier nicht mehr hier drin ist da ist mir hier so ein gruppe mit irgendjemand wenn das landzatelier drin ist das machen ist das am arsch das hat er trottösen auch wenn sultan schon da drin ist nachdem ich kann ich mir da aber ja 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 hübschen ich meine bellen höchstens die hunde wenn der hört der eine hunde auch noch und dann welt der hund mit ja lustig Das war nicht das man von seinem Zimmer bis ins...bis unten...statt verkürzt. Leute, sein Herz hat leider nicht. Na, wird schon wieder dunkel. Ich würde vielleicht auch noch mal diesen Winterfolder holzen und in die Baumfahrt zubillen. Die wir auch später vielleicht schon mal nicht mehr haben, weil wir nicht die... Ähm, wir nicht die... Ach so, wir müssen klauern. Bis wir sozusagen die Maschine rausfahren. Da müsst ihr vielleicht noch mal durchstehen welche Höhe. Mal gucken, dass vielleicht bald sozusagen die Verbindungstil in unseren Häusern wieder beginnt. Wie auch schon gesagt. Mal gucken, was sind diese Aufnahmstechnen ja davon ab und alles mehr. Je weit wir sozusagen in der großen Aufnahmstechnen hierher kommen. Das sehen ist auch ein bisschen längere als nur 17 Folgen. Doppelt. 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 So, da ist der Welt weg. Ah, die Gänke ist auch... Ich könnte es auch so machen, dass ich nach dir was ich dann auch mit mit aufnehmen will. Von dir bemerkt man eh nicht so viel, leider. Besonders, wenn du das schreiben kannst. Man sieht es halt, wenn du zuhause bist. So, shop. Mhm. Wieso jetzt die Frage, wer ist Niko? Hö. Ich fahr jetzt nach Niko. Ah, die Mitte kommt gleich wieder. Ja. Ich warte dann ab. Es ist die Sala, die alle, die hier sind, bei mir noch liegt. Auch zum Haus. Ja. 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 ich brauche hier eine tür und licht ich bin eigentlich wieder da ja ich habe da meinen Meter, ob sie wieder da ist und wie vieler Dive hat hier vorne an sich abgeholt ich meine weil wo er sich hier mal zu der Rode genommen hat total Schamann. Schamann. das zeichnet doch mal rein wieder das braucht der hier ein glytonium wir müssen ja eher die da unten ach da kommt der wieder Da ist er doch wieder Bin wieder da Haben sie wohl bei dem Zotoro unten angebaut gehabt oder wie? Was? Beim Zotoro, wo du vorhin gewohlt hast Ja Hast du unten angebaut oder wie? Ja Warum nicht den Einblatt drüber? Sonst setzt es ja nicht nach Warte mal, wer hat denn hier die Zautür geöffnet? Die war doch noch nie offen Wer war denn hier rein spaziert? Ich glaube mal, der Peter ist bei mir reingekommen, ich weiß es nicht So Das hellblaue Portal ist hier Lava ist schon wieder leer geräumt Ich muss doch nicht mal die Pumpe bauen Oh, jetzt sind die halt So So Na, so Dann da war's ist nur noch ein Tarnchen Ich kann's noch raus an und hierher So, wie oft noch? Ich muss mich mal lieber holen. Das ist noch nicht so ok. Okay Na, da zum Aradet an der Ditcht Ja, da war ich ja Hab ich mit dir So, dort ist wieder voll So, don't open a lot of them. Naja, ist er Vielleicht kann ich mich mal an den Pumpe, wenn das Haus dann mal zugestanden Okay, da ist noch. Oh, hi! Welcome to my schoolhouse! Hm, muss ich wieder da sein. So. Es scheint keine Garten mehr drin zu sein. Okay. So. Pulschen wir mal das nächste Mal. Ach, der ist ja hier. Okay. Hier ist ja die nächste Lavastelle. So. Da hinten ist ja der große. Aber seh. So. Dann bräuchte man sozusagen noch die anderen Energieteile wieder. So. 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 Okay, die Bäume sind jetzt alle weg. Fehlt noch. So. So. Oh, hey. So. 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 Hier ist noch. Eisen am durchschmelzen. 여기 ist noch ein drü böcher pretmart.. Loch in der Welt. Ach, Aluminium dust. Dabei darf ja natürlich auch nicht hier rein. Von der drüte manchmal hier rein. Also miniature ist das erste. Ich bin auf dem Dach steht noch gar nicht Ich bin auf dem Dach Du bist hier Und dann platiere ich den weg rein Tschüss Skeletts Ah ha, das will ja halt Oh, Alter, wo ist Ok, Holli, raus Der fällt nun auch da rein Der Traviel, wo ist jemand rein, haben wir nicht mehr reingehört Jetzt hab ich keine Pfeile Keine Pfeile Musst du Pagina schlachten Ey, ich komme nicht ran Mit dir, musst du wohl Pagina schlachten anscheinend Was? Musst du wohl Pagina schlachten So, Energy Conductive Pipe Halt mal, klar, empty dafür brauchen wir noch was Warte, klar, ist da in dem Pipe drin Ups Okay Aber was wir wohl für die Äh, nochmal Energy Conductive Pipe Benötigen, sehen wir wohl in der nächsten Folge Wir sind mal wieder am Ende der Folge Und Schon wieder Die Zeit wird jetzt So, nächste Folge Seh Jo, mach's gut Tschüss Für dich Bo Bo Geo So Bo 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 Bo